Servus, kommen wir heute zum und ich nenne es jetzt einfach mal nur Erfahrungsbericht des Vivo X60 Pro Plus Test. Aus dem Grund nicht, weil ich es nur 5 Tage genutzt habe, weil ich ein Gefühl dafür bekommen wollte, ob es denn was ist oder nicht. Preislich liegt bei Trading Shinsen, von denen es mir geliehen wurde, bei 814 Euro. Was nach relativ viel klingt, ist es allerdings schon die 12 GB mit 256 GB Speicher versehene Version, was auch die einzige erhältliche zu sein scheint. Und müsste ich hier auch noch erwähnen, dass das hier mit Origin OS versehen ist, nicht mit Funtouch, was ja die globale haben soll, was softwaretechnisch nochmal ein bisschen besser sein soll. Scheint die allerdings laut Trading Shinsen im Prinzip nirgends erhältlich zu sein. Und deswegen gucken wir uns die an und fangen an mit der Verarbeitung. Gefällt mir aufgrund des veganen Leder sehr, sehr schön. Würgt sich wirklich gut an, gerade mit wärmeren Händen, schön griffig mit kalt. Nicht ganz so, habt ihr davon allerdings nicht ganz so viel aus dem Grund, weil ihr halt im Prinzip heutzutage immer ein Case nutzen müsst. Und das eben Standard mitgeliefert, der jetzt nicht unbedingt der Kracher ist. Schön ist zwar, dass es nicht das Handy breiter macht, allerdings weiß ich nicht, ob Plastik wirklich so gut schützt. Und es fühlt sich ein bisschen komisch an, hat auch ein bisschen Spiele, also das sitzt nicht ganz so fest an. Aber bis ihr vielleicht ein besseres kauft, tut es. Ansonsten kann ich mich da nicht wirklich beschweren. Kamera und so weiter, hier mit dem Bump und so weiter, wird ja auch geschützt. Die Anbringung der Tasten ist sehr gut. Es gibt auch eine kleine Riffelung bei der Power-Taste. Und ansonsten gefällt mir das Handling ganz gut. Wobei ich allerdings sagen muss, dass die Zahlen hier ein bisschen täuschen. Weil mit 191 Gramm und eben leicht kleineren Maßen als viele andere Handys, habe ich erwartet, dass sich das einfach nochmal deutlich kompakter anfühlt. Aber aufgrund dessen, dass sie die Seiten so ein bisschen plump gemacht haben, mit keinem wirklich großen Radius, auf der Rückseite fühlt sich das Gerät halt nicht wirklich viel dünner oder irgendwie leichter kompakter als manch andere. Aber es ist es halt. Und vielleicht mit größeren Händen, wenn ihr das anders greift, kann die Sache schon anders aussehen. Will ich jetzt daher nicht ganz so beurteilen. Ansonsten vom Design, relativ starke Hausmannskost. Müsste ich allerdings noch erwähnen, dass wir hier ein bisschen wieder größere Curves haben. Also nicht so groß wie beim OnePlus 7 Pro, aber definitiv größer als beim OnePlus 9 Pro. Wird es vielleicht schon einige stören. Ich persönlich mag es. Und da eben das Case hier allerdings sowieso seitlich nicht anliegt, hätte da jetzt auch ein glattes Nichts ausgemacht. Also das ist für einige wahrscheinlich so wieder so ein Riesenproblem. Für einige scheint auch der recht tiefe Fingerabdruckleser ein Problem zu sein. Muss ich sagen, stört er mich persönlich nicht. Aus irgendeinem Grund finde ich diese recht tiefen sogar besser als diese weit oberen. Vom Ablesen muss ich sagen, ist er zuverlässig. Ihr müsst allerdings ein kleines bisschen länger draufhalten als bei dem anderen. Da muss man sich so ein kleines bisschen dran gewöhnen. Aber nach so zwei, drei Tagen habe ich das schon verinnerlicht. Und dann hat es mir nicht gestört. Und wenn ich ihn halt nur ein bisschen länger halte, dann passt es auch. Und das Gleiche mit dem Gewöhnen ist eben auch so bei der Notch. Weil heutzutage, gerade wenn ihr den Dark Mode nutzt, und letztens hatte ich die Diskussion mit einem, der sagt, er nutzt sie nie. Den hat sie gestört. Da muss ich halt sagen, im Alltag, egal wo, stört mich so ein Ding im Prinzip nie. Weil die meisten Apps verdecken es eigentlich mittlerweile. Und dann ist die Sache okay. Ansonsten beim Display, wenn wir jetzt schon gleich zu dem kommen, müsste ich erwähnen, dass ich hier gern ein bisschen mehr Bildschirmfarben zur Einstellung hätte. Weil wir haben Standard, Professionell und Hell. Hell ist im Prinzip das jetzt mit ein bisschen bunteren Farben. Können wir sonst nur noch die Wärme einstellen. Das war es im Prinzip schon. Kommen allerdings gerade auch softwaretechnisch hier einige Probleme mit sich. Denn ihr könnt die Schriftart ändern, wobei es jetzt auf der Version eben nur chinesische gibt. Und ihr müsst halt chinesische runterladen. Wobei es geht, es ist okay. Aber die Schriftgröße ist verstellbar, nicht aber die Bildschirmgröße. Und das ist eben bei mir ein Problem, weil ich die recht gern kleiner stelle. Das sieht man auch jetzt schon. Habe ich sie von den Standard-Baschen 420 auf 500 runtergestellt, weil es kleiner wird. Aber dadurch ergeben sich Probleme, wie zum Beispiel, das sieht man hier, dass die Uhr schon leicht abgeschnitten ist. Und zum Beispiel auch gerade in der Kamera-App, die wird dadurch im Prinzip nutzbar, wenn ihr diese Gitterlinie nutzen wollt. Das Ganze skaliert nicht korrekt, weil ihr seht schon, nur das hier müsste eigentlich hier sein und wird komplett rübergezogen und das Raster ist dadurch gar nicht mittig. Das Ganze lässt sich und halt deswegen nur in der Standard-DPI nutzen. Also wenn ihr einer Seite, der gerne eine kleinere DPI nutzt, weil die Bildschirmgröße ja nicht geht, was im Prinzip aber auch DPI ist, dann müsst ihr da mit einigen Problemen rechnen. Weil ich zeige es euch jetzt einfach mal kurz. Wir stellen auf 420 um. Jetzt ist erstens mal die Uhr korrekt lesbar. Jetzt ist halt für mich persönlich die Schrift einfach viel zu groß. Und dann passt das auch hier schon eher. Wobei immer noch nicht ganz, wie ihr schon sehen könnt, weil die Linie geht hier noch mit rein. Und das hat bei meinen Kameratests auch zu einigen Verwirrungen gesorgt. Aber ansonsten, Display ist schön hell. Nicht so hell wie ein OnePlus 9, aber gerade draußen ist mir aufgefallen, die extra Helligkeit bei dem OnePlus 9 fällt jetzt nicht so sehr auf. Muss ich allerdings sagen, ist die Helligkeit jetzt auch nicht um Welten besser als bei dem OnePlus 7 Pro. Weil zum Beispiel haben wir heutzutage 13, 14, 1500 Nits, wo die Alten noch 700 hatten. Aber dieses Doppelte vom Wert her klingt viel drastisch eigentlich was. Im Alltag merkt ihr das nicht ansonsten. Seht ihr halt auch schon die Curve geht auf jeden Fall rein. Die Spiegelung ist da. Farben sind schön. Wie gesagt, halt nicht so gut anpassbar. 120 Hertz. Und das ist eine schöne Sache. Sind 120 Hertz. Also das lässt sich hier entweder intelligent nutzen, wo es dann bei YouTube zum Beispiel runterregelt. Aber wenn ihr es auf 120 einstellt, dann bleibt es auch bei 120. Finde ich auch schön. Wobei mir aufgefallen ist, dass aufgrund, das komme ich allerdings noch zur Software, dass die manchen Animationen das ganze Gerät so ein kleines bisschen träger wirken lassen, als es eigentlich sein müsste, möchte ich jetzt allerdings noch kurz vorher zum Sound kommen, der mich stark enttäuscht hat, weil wir haben es hier nur mit einem Monolautsprecher zu tun. Ja, und auch wenn es für einen Monolautsprecher eigentlich nicht schlecht ist, ist es für mich, gerade für so ein teures Handy in 2021, ein absolutes K.O.-Kriterium. Weil als ich den bekommen habe, habe ich nicht mal damit gerechnet, dass es nicht ein Stereo-Lautsprecher wäre. Ich habe das so genutzt und dachte mir, okay, nicht ganz so laut wie manch anderer, aber es langt. Aber dann dachte ich mir, der Klang ist so blech und klingt so weit weg. Und dann ist mir halt aufgefallen, dass er nur von hier kommt. Und sorry, also heutzutage, wenn selbst 150 Euro Handys das haben, ist es meiner Meinung nach ein Muss. Das müsst ihr allerdings auch wieder um ihr entscheiden. Was mir dann allerdings wieder sehr gut gefällt, ist die Leistung. Weil, wie schon erwähnt, 120 Hertz sind 120 Hertz und das eben überall. Also ob jetzt in Instagram, wo auch das Scrolling nicht verändert wurde, ob es jetzt YouTube ist, wo jetzt mein Internet mal wieder spinnt, wo es superflüssig ist, der Google Feed läuft butterweich. Und eben Chrome, also auch alle Apps. Also hier gibt es leistungsfähig absolut nichts zu meckern. Wie schon gesagt, aufgrund dessen, dass manche Animationen ein bisschen lahmer sind und auch das Scrolling aus irgendeinem Grund nicht ganz so leichtgängig wie bei Xiaomi wirkt, wirkt das Gerät, obwohl es super schnell ist, ein ganz kleines bisschen zurückgehalten, aber aufgrund der Software. Das merkt man zum Beispiel auch hier. Doppeltab auf die letzten Apps. Guckt euch mal, wie langsam der ist. Wartet mal. Ja, also auch das Ausführen ist nicht so leicht, weil ihr seht schon, das ist deutlich langsamer als bei anderen Handys, wo das im Prinzip instant ist. Und auch das Ausführen ist nicht ganz so easy. Aber okay, die Leistung sonst passt. Überhitzen und so will ich jetzt gar nicht groß drauf eingehen, weil der 888er scheint das Problem zu haben und ich bin mir sicher, wenn man irgendwelche Benchmarks laufen lässt und so weiter. Aber wenn ich jetzt Videos gemacht habe, ob 4K 60, 4K 30, Fotos und so weiter, normale, stärker beanspruchte Nutzung, hatte ich da keine wirklichen Probleme, aber weil es ja auch zur Zeit nicht ganz so warm ist. Beim Akku gibt es folgendes zu sagen. Wir haben 55 Watt Laden, das ist schön schnell. Wir haben es allerdings auch hier nur mit dem 4200 Akku zu tun. Und das ist so für mich so ein bisschen schade, weil wir haben doch noch ein relativ großes Display und im Verhältnis dazu mit 120 Hertz wird die Akkulaufzeit wahrscheinlich nicht die beste sein. Wobei ich halt sagen muss, ich habe es ja wie gesagt auch nur 5 Tage genutzt und das ohne SIM-Karte und aufgrund dessen, dass die Software chinesisch irgendwie nicht alles synchronisiert, also meine Mails kamen nicht rein, meine Benachrichtungen kamen nicht rein ab Werk, hat dadurch wahrscheinlich sogar besser abgeschnitten. Weil ich muss sagen, die Akkulaufzeit war besser als zum Beispiel bei einer OnePlus 9 und so weiter. Aber ich denke mal, sobald diese ganzen Dienste im Hintergrund eben viel saugen, laufen, dann wird die Sache schon wieder anders aussehen. Aber das bringt mich auch schon gleich zur Software, denn wir gucken uns einfach mal an, was es hier gibt. Und gerade mein Kontakt bei Trading Shenzhen war angetan, wie viele Optionen es hier gibt, aber ich sehe hier nicht wirklich irgendwas, was nicht ganz normale Hausmannskost wäre heutzutage. Also es gibt einen Dunkelmodus, ist Standard, ein Schriftart, Schriftgröße, allerdings keine Displaygröße, Displayfarben, nichts Außergewöhnliches, dann die Bildschirmaktualisierungsrate Ultra HD, also dieses Hochskalieren eben von Videos und dann den Flackerschutz, also hier normal. Dann gibt es eben ein Always-On-Display, Funktioniert auch sauber. Dann Standardbildschirm, also der Hauptbildschirm mit eben App-Draw oder nicht. Dann habt ihr hier verschiedene zur Auswahl, könnt auch ein bisschen was konfigurieren. Themes gibt es, wobei ihr dann erstmal runterladen müsst. Dann gibt es eben noch dynamische Effekte, also zum Beispiel das Umgebungslicht. Die Wechsleranimation des Standbildschirms könnte erändern. Die Icons des Fingerabdrucklasers und auch die eben die Animation, die Gesichtserkennung. Ist alles schön, aber das ist jetzt nicht so besonders. Und wie schon erwähnt, wir haben es hier eben, ihr seht es, mit Origin zu tun. Und das Gute ist, wir haben den Play Store, wir haben auch eben schon Deutsch und so weiter, aber aufgrund dessen, dass das eben noch ein, ich würde mal sagen, fast altbackenes chinesisches System ist, haben wir auch eben die alten China-Probleme. Zum Beispiel Sachen wie, zum Beispiel Smartest Launcher. Das ist so eine Notification, die ich bei Xiaomi lange Zeit nicht wegmachen konnte. Die haben es allerdings mittlerweile begriffen. Also normalerweise geht man es hier rein und könnte die stumm schalten, was ich allerdings schon habe, weil da ist jetzt ja stumme Benachrichtigungen offen. Oder egal, was ich mache, die bleibt einfach da. Dann, Notifications funktionieren nicht. Ihr könnt den Google-Feed, also praktisch die Google-Features noch nicht direkt eben nutzen, weil dann eben den ihr eigenes, dieses Jovi startet und so weiter. Und wenn ihr eben das mal mit Fun-Touch bekommt, wenn es denn mal erhältlich ist, könnte die Sache anders aussehen. Aber momentan muss ich sagen, gefällt es mir nicht ganz so, weil wir haben schon viele Einstellungsmöglichkeiten. Also Offscreen-Gesten, Bildschirmaufnahmen, intelligentes Bewegen, aber dann zum Beispiel auch ein paar, für mich ein bisschen unerklärliche Sachen, wie zum Beispiel die Geste für die Einhandbewegung. Also ihr müsst hier rein und auch wieder raus. Und ihr seht schon, manchmal löst man dann auch gleich was aus. Aber ihr könnt jetzt nicht, wie bei manchen, das so wieder größer machen, sondern nur, wenn ihr die Geste nochmal macht. Und das ist, gerade wenn ich es jetzt zum Beispiel so normal in der Hand halte, keine angenehme oder, sagen wir mal, natürliche Bewegung. Und ihr löst halt oft auch was aus. Also das sind so ein paar Quirks, die mir nicht ganz so gut gefallen. Aber ja, ansonsten, WLAN war okay. Verbindungen, Gesprächs und so weiter war alles okay. In Sachen Kamera möchte ich mich jetzt allerdings ein bisschen kürzer fassen, da ich ja schon extra knapp 90 Minuten langes Vergleichsvideo mit dem OnePlus 9 Pro gemacht habe. Also wer dazu mehr Details haben will, schaut sich das am besten an. Lasse ich euch jetzt einfach kurz wissen, dass wir bei der Frontkamera gute Ergebnisse bei Fotos erhalten. Können allerdings das viele auch schon seit Jahren gleich gut und manche eben ein gutes Stückchen besser, ist das für mich nicht mehr Flaggschiff-Niveau. Wo wir das allerdings bei der Ultraweitwinkel sagen könnten, denn mit den Besten der Besten kann sie da locker mal mithalten. Und selbst wenn diese besser wären, dann wäre das absolut zu vernachlässigen. Dann gibt es noch eine schöne Makro-Kamera. Und wo sie mit den Besten der Besten locker mithalten kann, wenn ich diese sogar teilweise schlagen kann, wäre eben bei der Haupt- und Zoom-Kamera eben zum Beispiel erster Linie bei Lowlight. Sehr, sehr schöne Ergebnisse, auch eben bei schlechten Lichtverhältnissen, natürliche, akkurate Farben, schöner Detailgrad und das eben auch ohne, dass man überhaupt einen Nachtmodus braucht. Dann die Hauptkamera selber eben in guten Tagesverhältnissen, würde ich mal sagen, ist locker mal sehr gut, wenn nicht eben sogar super. Denn mir haben persönlich diese schönen lebendigen, wenn auch leicht wärmeren Farben sehr gut gefallen. Schöner Detailgrad, konstante Bilder und das eben ohne, dass man groß überlegen muss. Und dann das Highlight wäre klar, bei der eben Zoom-Kamera zu finden. Ob ihr jetzt eben 5-fach, 10-fach, 15-fach Zoom nehmt, da hat man gerade im Vergleich mit der OnePlus 9 Pro gesehen, dass es da eben schon sehr, sehr weit vorne ist. Und wenn ihr eben sehr, sehr viel Wert legt auf das, also Zoom-Kamera, Low-Light und Hauptkamera, dann seid ihr richtig. Wo ihr dann in Sachen Kamera nicht mehr ganz so gut aufgehoben werdet, wäre in Sachen Video. Weil bei der Front gibt es nur 1080p 30 und momentan, so wie es aussieht, noch nicht stabilisiert. Also ist mir zu wackelig. Kann man nicht wirklich nutzen. Genauso wie auf der Rückseite, trotz eben der ganzen Gimbal-Funktion, die vielleicht noch nicht ganz aktiv ist oder so weiter. Bei 4K 60 ist das Ganze auch nur zu wackelig. Erst wirklich stabil ist es mit 4K 30 oder dann zum Beispiel 1080p im Super-Stability-Mode. Aber dort auch, muss man eben erwähnen, dass das Bild im Vergleich zu vielen anderen Konkurrenten einfach ein gutes Stückchen Software ist und einfach nicht ganz so überzeugen kann. Und deswegen ist die Kamera den Mehrpreis im Vergleich zu meiner Meinung nach im günstigeren Handys nur wert, wenn ihr viel Wert deckt auf die Zoom-Kamera oder die Hauptkamera eben mit Low-Light-Qualitäten. Und das bringt mich schon zum Fazit, wo das Handy halt für mich nicht ganz Flaggschiff-Flair irgendwie erweckt, würde ich das eher so sehen, als sagen wir mal 500 Euro Handy, wo ja nochmal 200 Euro extra Zeit für eben die sehr gute bis sogar super eben Kamera und dann nochmal 100 Euro für eben extra Arbeitsspeicher plus Speicher. Und da hätte ich mir persönlich mehr erwartet. Sagen jetzt manche vielleicht, warum sind doch alles Flaggschiff-Qualitäten? Im Prinzip mit 120 Hertz und so weiter eben mit der Kamera und dem Snapdragon 888, ja, aber dann wiederum gibt es nur ein 4200 Akku, gibt es eben auch gerade Limitations mit dem China-System, wobei sich das natürlich noch ändern kann. Allerdings dann nur ein Mono-Lautsprecher, nur in Anführungszeichen ein Full-HD-Display und das Ganze ist vielleicht subjektiv so eine Sache, aber für jemanden, der eben nicht so viel Wert auf die Kamera, kann mich das Handy eben in den ganzen anderen Aspekten nicht ganz so überzeugen, wo ich es gerne hätte, weil mir wäre es lieber, wenn das durchgehend auf einem höheren Niveau wäre und vielleicht eben dafür nicht eben so eine herausstechend gute Kamera hätte, weil die Kamera ist relativ zum Handy eigentlich zu gut und der ganze Rest passt da einfach nicht ganz dazu. Wie schon gesagt, Lautsprecher, Akkulaufleistung und so weiter und so fort. Aber je nachdem, wie ihr eben die Sachen gewichtet, kann die Sache auch schon anders aussehen und das könnt ihr mir gerne in den Kommentaren sagen, würde ich es jetzt dabei belassen und ich sage bis zum nächsten Mal, ciao. bis zum nächsten Mal, Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020